Wie war es damals für dich so früh schon, so große Schritte zu gehen, dann über Arminia Bielefeld, Vorfeld Osnabrück, dann bis hin zu Borussia Dortmund? Es war aufregend, weil man irgendwie immer so in der höchsten Spielklasse dann schon gespielt hat, auch als kleiner Junge quasi. Ich bin relativ früh schon viel gependelt nach Bielefeld. Und ja, man hatte dann schon immer irgendwo das Ziel vor Augen, dass das irgendwann dann auch mit der Profikarriere klappt. Aber nur weil man das so früh macht, heißt es ja nicht automatisch, dass es dann auch dahin verläuft, wie es jetzt verlaufen ist. Aber ja, es war auf jeden Fall spannend, auch verschiedene Stationen zu sehen, verschiedene Vereine kennenzulernen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es schon so früh so losgegangen ist. Also du hast ja in fast jedem Hinspiel eigentlich mit im Kader gestanden oder hast selbst auch gespielt. Welches Spiel ist da bei dir besonders in Erinnerung geblieben? Und auf welches freust du dich jetzt zum Beispiel als Revanche oder so? Gegen Arminia vielleicht? Das Dortmund-Spiel war mir besonders im Kopf, auch wenn ich da gar nicht so lange auf dem Feld gestanden bin. Aber es war schon beeindruckend zu sehen, welche Energie wir als Mannschaft haben, was wir imstande sind zu leisten. Das war schon besonders. Für mich war das erste Spiel in Mainz auch relativ schön, weil es, glaube ich, mein erstes Spiel in der Saison war, weil ich beim ersten Spiel noch auf der Bank saß und wir dann einfach auch so dieses Gefühl hatten, wir sind jetzt in der Bundesliga angekommen, wir können mithalten, wir können gegen jeden Gegner irgendwie auch zeigen, was wir können. Und das war ein richtig gutes Gefühl. Und ich glaube, alle Spiele, wo wir jetzt nicht gewonnen haben oder wo wir einen auf den Deckel bekommen haben, da wünscht man sich natürlich, dass es in der Rückrunde anders wird. Das Bielefeld-Spiel war schon, glaube ich, das, wo ich sage, da ist die größte Möglichkeit der Revanche vorhanden. Wenn das Stadion leer ist, dann kann der Coach ja ganz anders miteinander coachen. Hat das Spiel sich dagegen ein bisschen verändert, da man viel mehr mitbekommt, wie jetzt sagen wir, okay, wir spielen jetzt gegen Dortmund, 60.000 Leute im Stadion, alle krönen, so da kriegt man wahrscheinlich nicht jede Anweisung mit. Inwiefern hat sich das jetzt verändert? Ja, es hat sich schon dahingehend verändert, dass man viel mehr miteinander kommunizieren kann. Egal ob Trainer, Spieler, Spieler, Spieler. Das ist schon deutlich anders. Also man kann sich viel, viel mehr helfen auf dem Platz. Ich glaube auch persönlich, dass es für unsere junge Mannschaft gar nicht so verkehrt war im ersten Bundesliga-Jahr. Vielleicht dann auch mal ohne Zuschauer zu spielen, weil ich nicht weiß, ob alle bei uns schon mal vor 80.000 in Dortmund gespielt haben. Das macht dann schon was mit einem. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach schade, glaube ich, weil das auch einfach ein Erlebnis ist für alle, die es noch nicht erlebt haben, in Dortmund zu spielen, in München zu spielen, auf Schalke zu spielen mit Fans. Ich glaube, das ist wirklich so ein Traum, den man sich erfüllt hat, das auch immer zu erleben. Deswegen einerseits vielleicht druckmäßig gut und für unsere junge Mannschaft in Ordnung, aber andererseits fehlt natürlich auch ein großes Stück. Ich wollte noch fragen, was du so für ein Schüler warst. Früher zu Schulzeiten warst du eher so ein guter Schüler, der so immer richtig viel Lust hatte zu lernen oder eher so ein ganz normaler Schüler oder halt eher so, nee, keine Lust zu lernen? Mir ist alles relativ leicht gefallen, sage ich mal. Also ich hatte da schon Glück, dass ich nicht allzu viel machen musste, um gute Noten zu schreiben. Hätte ich mehr gemacht, sähe das Ganze wahrscheinlich noch besser aus. Da war ich schon ein bisschen faul. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, ich habe mein Abitur mit 2,4 bestanden, ohne mir da ein Bein auszureißen. Deswegen, also so ein Mittelding. Teils faul, teils was in die Wiege gelegt bekommen und das hat dann irgendwie gereicht. Aber jetzt im Nachhinein hätte ich schon eher gesagt, hätte sich ein bisschen mehr angestrengt, wäre das Ganze noch ein bisschen besser gewesen. Und vielleicht magst du noch 2, 3 abschließende Worte an die Runde verlieren und dann wünsche ich euch allen schönen Abend. Es hat mich gefreut. Ich fand eure Fragen alle richtig gut. Hat Spaß gemacht, mal wieder mit ein paar Fans zu quatschen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwie schnellstmöglich mal wieder im Stadion sehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr gesund und munter bleibt in der Zeit. Auf euch aufpasst, auf eure Liebsten aufpasst. Und dann hoffen wir, dass das Ganze schnell umgeht, damit wir wieder den Fußball spielen und sehen dürfen, den wir immer gut fanden. Das waren tolle Worte. Vielen Dank, Pascal. Vielen Dank an euch. Euch allen einen schönen Abend und auf die nächsten drei Punkte. Macht's gut. Vielen Dank. Danke, Kalt. Danke, Kalt. Tschüss. 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 Tschüss, liebe Grüße aus Brasilien. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.